Hoi und Freunde, wir sind zurück mit einer weiteren Reaction zu Demon Slayer, Folge 7. Tanjiro hat es geschafft, den Stein ein bisschen zu schieben und ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil das ist einer der Special-Folgen, die vorletzte. Ich glaube, die Folge heißt... Gyumei Hajja irgendwas. Ich weiß nicht, ist sein Vollname, aber irgendwie so heißt es. Ähm... Let's fucking go, huh? Ich liebe diese Gesichter in Demon Slayer, ne? Ich finde die so lustig. Ich bin so... 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 Oh,��. Bestie! So sieht's aus. Jetzt kommt seine Backstory. Wie klein und süß die ist, Digga. Das ist die Kraft. Sie werden nicht verletzt. Dann können wir uns verletzt. Nein, ich kann nur den先生 nicht verletzen. Kendi, den. Kennt ihr den? Der ist noch wichtig für die Story. Die Süße. Die Süße. Eine Sekunde, mein verdammtes Headset ist leer. Perfekter Zeitpunkt! Perfekter Zeitpunkt! Das Headset hat wieder zugeschlagen. Geht immer zum perfekten Zeitpunkt leer. So. Ein Schluck Mate. Und weiter geht's. Ich bin... Aber ich glaube, dass ich nur Sajo nicht behalte, dass ich mich nicht behalte, dass ich mich nicht behalte. Yo man, das ist eine Bestie, Mama Mia. Mama Mia. Mama Mia. Wenn sich einer allein das hier mitnimmt aus Anime, ist sein Leben um 10.000% besser. Verdammte Scheiße. Das ist Weisheit. Holt die Notizbücher raus und guckt euch diese Szene nochmal an. Ich bin einig. Danke. Sein Unterarm ist fast genauso groß wie meiner. Aber nur fast. Meiner ist noch ein bisschen dicker. Das ist das, was Demon Slayer so ausmacht. Coole Charaktere. Und Geisteskrankkämpfer. Und die Story auch, wenn sie nicht ganz so komplex ist. Die geht einig. Die geht einig. Ich weiß halt genau, was in diesem Brief drin steht. Ich weiß, was kommt. Ui. Let's go. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Hey, guys. Das ist ein Sexy-Animator! Das ist ein Sexy-Animator! Du bist ein Sexy-Animator! Was ist das? Was? Geiyuu? Die Gesichter im Liebens, was ist mit dem? Ja, was ist mit dem? Ich habe übrigens einen Demon Slayer Art-Druck, denn da sind auch ganz viele dumme Gesichter immer reingezeichnet. Das ist ein Sexy-Animator! Das ist ein Sexy-Animator! Das ist ein Sexy-Animator! Oho! Ura B-B-Bushiki Kann seinen Namen nicht aussprechen Mit seinen süßen Girls Michael Jackson ist am Stüssel, Digger. Hat sich aber ordentlich rausgeputzt mit seinem weißen Anzug, ha? Jesus. Ist das eine unangenehme Frequenz in meinen Ohren gewesen. Super Folge! Super Folge, Freunde! Knowledge, Weisheit und eure Notizbücher-Raus-Szene. Kämpfen, Lustig, Cliffhanger. Dit ist ne Folge! Dit ist ne Folge! Freunde, falls euch die Reaction gefallen hat, abonniert den Kanal. Bleibt stabil wie Shina Sugawa Sanemi und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.